Bereits seit vier Jahren bin ich Anwendungstechniker bei Algenmax und ich liebe meinen Beruf. Warum? Weil man jeden Tag Häuser sowie Kunden zum Strahlen bringt und das gefällt mir am besten daran. Es ist ein einzigartiger Beruf, welcher nur ganz wenige Menschen ausüben und darauf bin ich besonders stolz. Bei der Reinigung kommt modernste Technik zum Einsatz. Unsere Hochdruckteleskoplanze ist hierfür mein absolutes Lieblingsfahrzeug. Es ist ein unglaublich schönes Gefühl, wenn man den Schmutz von der Fassade entfernt. Bevor ich bei Algenmax angefangen habe, hätte ich selbst nicht gedacht, dass man Fassaden so reinigen kann. Zum Schluss trage ich noch einen Schutz auf, damit die Fassade lang schön bleibt und dann geht's ab zum nächsten Kommunes. Ich bin der Nazim und arbeite bei Algenmax.